hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play together sie können auch einfach mal mit london und warum tut der hund hier schnuppern kann doch gar nichts sein tja ich habe keine ahnung nein was habe ich getan blödsinn so fängt sehr gut an wenn jetzt gezielt kaufen willst ja so ist habe ich die richtigen tasten gedrückt so wir haben das kaufen ja wieder abgebrochen und ein safe state geladen deswegen jetzt ganz von vorne anfangen müssen stimmt der markt dürfte jetzt übrigens nicht mehr zeit basiert sein so das war die reichs frau wir brauchen 80 80 ja also muss ich das vier mal tun da kannst du den hund bitte mal einwählen damit er aufhört zu schnuppern noch mal so danke einmal noch der wird jetzt durch gewürze getauft stimmt so du trafst jetzt gegen 20 gewürze also noch mal mehr tauschen reis und wir wollen sie mal so und jetzt noch mal 80 reis ja will ich 20 und zwar 40 60 der part wird wahrscheinlich nur aus dem markt bestehen also überspringen wenn ihr euch nicht dafür interessiert genau so noch mal 20 reis gewürze jetzt wieder eintauschen jetzt haben wir inzwischen 40 gewürze genau 40 gewürze da sind wir vergiss nicht auf und zu mal zwischendrin quick zu safen falls dich irgendjemand mal verdrückst damit wir dann wieder anfangen können so gut okay dann jetzt noch mal 80 reis 80 reis ja es kann sich nur um stunden handeln das waren 40 50 und 8 genau 8 kannst du besser als ich wieder gegen gewürze eintauschen dass wir 60 haben genau hier gibt uns die übrigens unser tablet und sagt mir genau was ich zu tun habe genau das finden wir nicht selbst aus und was nun und noch mal 80 reis das ist doch wohl nicht wahr ja wir brauchen 80 gewürze insgesamt ach du tag hat jetzt bekommen wir sie gleich klara 20 40 60 80 so jetzt werden wir die 60 gewürze voll bekommen du meinst 80 haben wir dann haben wir das jetzt schon zum vierten mal gemacht oder machen es zum dritten mal nein hast du gesagt wir brauchen insgesamt 60 gewürze wir brauchen 80 okay ich bin ziemlich sicher dass wir jetzt dann 80 haben müsste eigentlich hinkommen ja so und jetzt brauchen wir nochmal 70 reis 70 mal reis okay also muss ich jetzt 3 mal 20 und 1 mal 10 kaufen gut klara ist weg für immer quatsch jetzt haben wir 40 jetzt kaufe ich nochmal 10 ja genau so und davon tauschst du jetzt 7 gewürze 7 gewürze wie dämlich so wir können 5 nehmen und dann nehmen wir noch 2 mal 1 stimmt's genau muss man ja richtig rechnen so und dann jetzt mal quicksafen weil jetzt geht es dann endlich mal weiter so jetzt was sind beats perlen denke ich wir suchen mal den typen der uns perlen verkauft so davon kaufen wir nämlich 14 so das ist er nicht wir suchen jemanden der perlen es muss ja auch vor denen liegen das sind fisch das ist es nicht das ist weiß da das sieht noch perlen aus ne das ist es nicht nein so vielleicht verkauft er perlen du denkst dass es perlen sind ich widme uns bitte er wird mir auch sagen das ist das ist das weiß mit dem haben wir schon gesprochen nass ich kann mich nicht ändern dass wir mit dem hier links gesprochen haben Spoons gibt dir doch ein paar mehr das ist aber fisch oh der will uns die Q-Formula verkaufen interessant das ist Reis kein d der da liegt doch was so da oben der der habe ich nicht mitbekommen jetzt sagen können ich wollte nur noch mal zeigen weil du mir nie glaubst. Ich hätt' dir geglaubt. Wahrscheinlich wieder ein Reichsverkäufer? Ja. Endlich! 12 Joules each, aber irgendwie müssen wir da was eintauschen. Hä? Dann gibt's vielleicht jemanden, der... ...das fürs Tauschen verkauft? Da unten sind noch mehr. Was verkauft sie? Parfüm. Spice. Nee. Oh, ne, Entschuldigung, da steht bei 14 Beats. Okay, gut, dann nehm' ich's zurück. Also doch mit Joules, ja. Ja. Da hab' ich nämlich gefunden und schick's bisschen die Irre. Das war der Typ, oder? Ja. 14 Stück brauchen wir. Ja. So, dann nehmen wir 10 und dann viermal einer. Eins. Ich glaub' ich hab' mich jetzt aber um das Amulett auf Annihilation gebracht. Und noch einmal stimmt's. Ja. So. So. Fick safe. Sorry, das will ich jetzt die ganze Zeit machen. So, jetzt kaufen wir 11 Hühner. Äh, irgendwo hab' ich jemanden gesehen, der Hühner hatte. Wo waren der? Der war weiter oben. Ja. Der da. Nee, die nicht. Jetzt ist der irgendwo ein Hühner mit Hühnern. Wo ist er denn, der Hühnerhändler? Ich war doch weiter unten. Ja, wir finden den schon. Da drüben. Da sind auch noch ein paar Typen. Hast du mit denen auch gesprochen, wegen dem Tauschen? Weil irgendwie... Ich bin verwirrt, hier steht zwar bei, aber die sagen ja ab und zu, dass hier auch getauscht wurde, ne? Versteh' ich nicht. Ich hab' noch jetzt genug wählen gehabt. So. Wir reden jetzt mit der Hühnerfrau. Das ist doch Preis, ja? Ähm... Ja. Wie viele Hühner soll ich kaufen? Elf. Elf Stück. Nein, ich kann nur drei auf einmal kaufen. Dann dreimal drei und dann einmal zwei. Genau. So, jetzt haben wir sechs Hühner. Wenn ich viel weniger Hühner hatte, neun. Und jetzt nochmal zwei. Genau. Zwei Hühner. So. Dann drei Tapestries holen. Äh, die hab' ich noch nicht gefunden. So, die müssten dann da unten sein, irgendwo. Ganz weit unten. Äh, vom Symbol her müsste das irgendwie, wie gesagt, irgendwas tapezieren oder sowas sein. Irgendwas... Von Stone. Moxa Stick. Okay. Was zum... Die Kaufsachen? Das ist doch fies. Da wirst du... Das wird nichts bringen. Das sind alles Rüstungen. Ja, sorry. Ich hab' Tapestries noch nicht gefunden. Also nicht bei den Boten. Die werden's dann nicht sein. Bei denen da drüben war ich noch nicht. Ja, das sieht nach Tapete aus. Ja, das sieht gut aus. Da komm' ich da hin. Da muss ich wahrscheinlich außen rum gehen. Das war hier lang. Äh? Wie soll ich da hinkommen? Das muss doch irgendwo ein Weg sein. Wenn ich so schnell wäre, würde ich dir sagen, dass du da... Geh' jetzt mal nach links. Links. Runter. Und da. Kannst du da nicht lang? Nein. Okay. Tja. Hey, wie kommt man da hin? Geht mal mit der Ziege. Sie leckert los. Da ist ein Haus. Und durch das Haus da hin? Lass du mal schon mal gucken. Man kann ja auch gar nicht in das Haus rein. Vielleicht kann ich von hinten mit dir reden. Hä? Hä? Wie soll man da hinkommen? Sieht mir so aus, als dürfte die Ziege nicht da sein. Oh, die Ziege ist im Weg. Weil, ist das der Grund, weshalb man das Tauschgeschäft nach der Zeit nicht erlangen kann? Nee, da hab ich ja extra nachgeguckt. Da ging's nur um die Rüstungsteile. Ich muss durch dieses Haus da rein. Das geht nicht anders. Das heißt, ich muss auf die rechte Seite und dieses Haus suchen. Da ist es. Lieber da spielen. Ja. Tatsächlich. Ja, das brauch ich aber nicht. Das ist nicht die Tapestry. Nein. Und der da? Nein, auch nicht. Sag mal, gibt's vielleicht irgendwo eine Karte, wo welche Bude ist? Ich hab mal eine andere Lösung gefunden, die ist jetzt aber leider nicht mehr da, wo alle aufgelistet waren. Auf der Karte. Moment, der Typ hier verkauft ja auch was. So. So, dann suchen wir mal das Secret. Ich geh jetzt erstmal wieder rüber und such weiter nach dem Tapestry-Typen oder Frau. So, dann gibt's nämlich genau diese Karte. Die hab ich mal gefunden gehabt. Hallo? Halt einen Moment. Ich hab's gefunden. Okay. Trotzdem, wieso öffnet sich das Bild hier nicht? Also, wie viele Tapesties brauch ich? Moment, ich mach mir trotzdem mal die Karte auf. Mach nur. So, da gibt's nicht eine schöne Übersicht. So. Du brauchst... Hm... Drei. Okay. Das war's, ja? Ja. Jetzt. Jetzt. So. Dann brauchst du jetzt acht Parfüme. Die Parfümfrau hab ich gesehen. Irgendwo hier. Ja. Da ist sie. Acht Parfüme? Ja. Also, zwei mal drei und einmal zwei. So. Ja. Gut. Dann brauchst du jetzt zwei Limestone Tablets. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer das verkauft hat. Warte, dann guck ich mal auf der Karte. Ja. Ja. Wo waren die schöne Übersicht? Hier. So, also Limestone Tablets. Ja. 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 Das sieht momentan aus. Moment. Und... Ähm... Na, wo ist derjenige, der es der Limestone Tablets gibt? Hm, findest du ihn nicht? Dann findest du ihn mal. Ähm... Hier die... Ähm... Da, wo du... Wo du durchs Haus gegangen bist. Ah, da war das. Gut, dann muss ich jetzt auch nochmal durchs Haus. Da oben steht der Hund rum. Und er nennt mich spielt gerade. Ich würd sagen, wir machen einfach einen Part, der komplett aus dem Markt besteht und schneiden den gar nicht. Oh. So, und die Thuse da, die müsste den Limestone Tablet haben. Ja, ich glaub die war das. Ja. Genau. Zwei Stück, ja. Genau. Dafür brauchst du... Moment. Ähm, Limestone Tablet... Zwei Stück. So, gut. Dann brauchst du jetzt vier Juwelen-Scarubs und die sind, glaub ich, direkt neben dran. Ich glaub, das hat der Typ verkauft. Ja. Ja. Vier Stück? Vier Stück, ja. Mach zweimal zwei. So. Gut, so. Damit sind wir fertig, dann geh ich nochmal zurück. Dann brauchst du drei goldene Schakale. Boah, ich hab mit dem Typen gesprochen, der die verkauft. So, ich suche, such's gerade jetzt. Wenn du es da nicht gefunden hast. Ja, ich muss hier erstmal zurücklaufen. Ich glaub das ist einer von den Typen, die Spuk auf dem Tisch liegen haben. Genau, das ist der neben den Amuletten der Dingenskirschen. Der da. Der da, stimmt's. So. Wie gesagt, von dem brauchst du... Drei. Äh, soll ich Spice oder Chickens nehmen? Äh, du sollst Chickens nehmen. Okay. So, nochmal. Und noch einen dritten, ja. Ja. Ich sehe, dass der sicher das Richtige ist. Ja, er hat Golden Jackal gesagt. Guck. Er hat den Bier, Golden Jackal. Ah, okay, gut. Alles klar, okay. Gut. Dann, ähm... Du brauchst jetzt ein Ruby Heart. Klar, was hab ich getan? Schatz, du musst laufen. Ich hab persönlich die falsche Taste gedrückt. Was machen? Zu mir laufen. Wo bist du denn? Oben. Bei dem Typen, dem Golden Jackal sitzt. Was ist passiert? Kann ich einfach mal ausloggen. So, und jetzt? Die Kamera war nicht mehr auf mir. Ich seh immer noch nicht. Ich geh mal kurz aus. Danke. So, ist mir jetzt egal, ob ich schnuppere. Ja. So, jetzt bin ich da vergessen, wo wir jetzt machen müssen. Also... Ja, wir haben Golden Jackals. Ja. Hallo. So. Wir brauchen einen Ruby Heart. Das hab ich auch irgendwo gesehen. Das kriegen wir... Ja, das ist auf der linken Seite... Ja. Genau der. Nein. Ich hab nicht gesagt, dass es da ist. Du hast Ja gesagt. Ja. Ja, auf der linken Seite. So. Jetzt runter gehen, bitte. Und das Ja galt vor allem, dass du aus dem Menü raus gehst. Äh... Bist du jetzt schon vorbei? Moment. Ne. Noch ein, zwei da runter. Der da, rechts. Rechts. Was sagt auf der linken Seite? Ich hab nur gesagt, dass du dich da orientieren kannst. Ich hab nicht gesagt, dass du auf der linken Seite steht. So. Was? Was? Äh... Moment. Ich kann dir nur Asserguts. Ich hab keinen Moxer-Stick. Moment. Aber er macht gegen einen Dings. Ein, äh... Ruby Heart gibt er dir, ja? Ja. Gut, dann. Mach. So. Ich hab keinen Moxer-Stick. Dann als nächstes brauchen wir eine Jade-Disc. Äh... Weiß ich nicht, wo es die gab. Die gibt's direkt hier links bei der Tuse, die du vorher angesprochen hast. Die du? Ja. Stree Chickens und Streebeats. Ja. Hä? Äh... Okay. Scheiße. Jetzt wissen wir nicht, was uns fehlt. Ich glaub, uns fehlt ein Chicken. Weil ich glaube, da ist irgendwas schief gelaufen. Ja. Eins. So. Das müsste jetzt reichen. Ich glaub, jetzt haben wir genug Chickens. Hä? Da fehlt uns noch was anderes. Da fehlt die Beat. Dann kaufe ich noch Beats. Die kaufen wir ja mit Duwälen. Da ist was Weißes. Ja, der. Oder? Moment. Ist das... Das war der B-Typ. Ja. Ich kaufe einfach mal 5. Wieso? Das sind nur Jules, die dafür weggehen. Sicher? Der hat irgendwas getauscht. For 5 Jules. Okay. Okay. So, ja. Beats haben gefehlt. So. Dann... So, ich tu mal wieder Quick-Safen. Jetzt brauchen... Jetzt kaufen wir die Moxa-Stick. Den gibt's wo? Äh... Oh... Ach so. Oh, Moment. Ich dachte, das wäre der Typ gewesen. Ne, sorry. Der Stick. Was ist sonst da unten? So soll ich... Äh, der ist unten. Der da. Ja. 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 Na dann, mach. Mal gucken, ob wir genug haben. So. So. Jetzt kaufen wir den Silversheet. Den gibt's... Äh, rechts. Genau da. Du bist auf der richtigen Stelle. Und zwar... Du bist in der Mitte. Ja, da. Oh, den Treckle und 10 Jars of Spice. Also müsste unser Zeug jetzt ausgehen. So. So. Ja, langsam Licht. Nämlich auch. Wir sind auch fast fertig. So. Also wir sind jetzt Silversheet. Jetzt holen wir uns den Sunstone. Den gab's hier... Nee, das... Das war sie nicht. Gar nach links. Ganz nach links. Ja. Ja, die sagt uns, was diese Marktdinger... Der da, oder? Limestone-Template in 5 Bags of Wiles. So. Ja. Um das man jetzt sehen kann, was man hat. Ja, das ist nicht auch bescheuert. So. Ähm. Jetzt holen wir uns eine Spoon. Den Silverspoon? Der war weiter oben, soweit ich weiß. Ganz oben. Ganz oben links. Nein, das war eine Frau. Die da. Ja. Und jetzt holen wir uns die Bronze Gauntlet. Bei Rüstungshändlern nehme ich an. Hallo. So. Mein Schauer ist doch... Ja, ganz unten rechts. Ob wir das schon haben? Stone West? Bronze Hammer? Nein. Nein, aber nicht. Die haben wir noch nicht die Bronze Gauntlet. Ganz unten rechts, ja. Ganz unten rechts. Ah, ich laufe. So weit. Ganz unten bis es nicht mehr geht und dann nach rechts. So. Jetzt nach unten rechts. Hier. Genau. Und ganz rechts. Der da. Okay, geht er weg. Jawoll. So. Kann ich jetzt gleich mal anlegen. Gut. Und jetzt holen wir uns den Obsidian Helmet. Den gibt's. Den gibt's. Äh. Wo, 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 wo? Jetzt bewegt dich doch nicht immer. Sorry, ich wollte noch an Rüstungshändlern suchen. Oh, Mann. Jetzt hab ich keine Wur... Trotzdem, das hilft mir nichts. Runter, geh runter, runter, runter. Meine Güte. Der ist jemand, der Rüstungen verkauft. Das scheint er auch zu sein. Und das nächste Mal bleibst du bitte stehen, weil daran geh ich immer aus. Oh, gut. So. Und, ja. Kannst du ruhig schon anlegen, wenn ich jetzt hier den nächsten suche. Jetzt legen wir uns einen Moment. Äh. Ne, doch. Leg ihn an. Ich hab ihn angelegt, ja. So. Dann holen wir uns den Zentaurien Helmet. Den gibt's... So gibt's den. So, Jain Helmet und Zentaurien Helmet. Ich nehme an, das ist dann für den Hund oder so. Okay. Hä? Der ist hier aber nie irgendwo aufgelistet, was zum... Hä? Das geht vielleicht nur, wenn man's am Anfang macht. Hm. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Dann gehen wir am besten gleich zum nächsten. Ähm. Und zwar die Steinweste. Die hab ich bereits. Die Steinweste. Was? Okay. Ja, die gab's in der Tour. Okay. Gut. Dann brauchen wir die auch nicht so. Dann haben wir jetzt den Rest quasi umsonst gekauft, aber... Wieso? Also ich... Deine Sorge, es gibt noch einen zweiten Markt später. Da kriegen wir das... Moment, trotzdem. Ich will das... Ich will das... Zenturien Helmet. Den gibt's hier so. Hier ist er nämlich aufgelistet. Das heißt, ich suche jetzt einfach mal danach. So, ich glaub bei den Rüstungsteilen war das so... Ist mir egal. Ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Dass die nicht mehr auftauchen mittlerweile. Marke... Zenturien... Met. Wir warten und warten und warten und warten und warten. Na, ich will nicht bei Bildern gucken. Ich will bei den Seiten gucken. So... Was... Schuldig, dass es hier grad ein bisschen lahm ist. Die Serenien. Immer auf den Sturien Helmet. Ich buch ihn jetzt einfach mal von dir aus. Ja, was wollen wir denn? Ich hab's hier! Genau derselbe Typ! Ach, Mann! Ernsthaft? Ja. Deswegen musst du mit den anderen kaufen. Aha! Was fehlt uns? Spice denke ich, weil ich das gegen Hühner eingetauscht hab. Wir holen nochmal Spice. Toll! Das heißt, du musst erst nochmal Reis holen. Äh... So weit oben waren die nicht. Oder nein, 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 nein. Komm! Dein Gedächtnis ist echt... Nein! Wie leid ihr sieht alles gleich aus! Hoch! Rechts! Meine Güte! Okay. Äh... Kaufe mir einfach mal 20. Okay, äh... Du brauchst aber 40 für einen Spice, äh, für... Oder? Ich weiß ja nicht, wie viel Spice ich hab. Ach, dann kauf ich halt 40 und kauf 20 Spice. Ja, das ist jetzt egal. Nice. Pots haben wir überhaupt nicht gebraucht. So, haben können wir jetzt nochmal? Ich glaub schon, ja. Okay, ne, dann... Zehn dürfte aber reichen. Den... ...golden Schakal müsstest du noch haben. Ja. Wo war der Typ? Ich glaub da. Hm? Ja. Gut, ja, Spice hatte gefehlt. Na dann... Ausrüsten. Und gucken, ob der Hund jetzt auch was hat. Zum Ausrüsten. Ich bin nicht veräckert. Oh, da ist er. Wow. Du kannst einen Spiky Collar ausrüsten. Wow, das hat eine Verteilung auf 42 an einem. Meine Güte. Okay. Gut. Dann... Was gibt's hier noch? Äh... Achso, das ist der E-War Tower, was auch immer das ist. Das ist der nächste Markt. Der zweite. Okay, da gibt's auch ne richtig gute Weste. Und ein Ringscheimer für mich dann. Haben wir auf der Nobilia Market alles, ja. Also das war angeblich nach dem Guide alles. Also, Centaurien-Helmet ist das letzte, ja. Ja, die Steinweste hast du ja schon. Bei Stonewest, ja, die hab ich bereits. Na dann, dann werden wir das Ganze mal abspeichern. Moment, ich guck hier aber grad noch mal. Und hier gibt's noch... Hier gibt's noch die Cloths of Ra. Okay. Und wo soll's die geben? Ich brech ja trotzdem ab. Also den Centurion-Helm haben wir nämlich so. Das Centurion-Cape, das brauchen wir nicht, weil wir haben ne bessere Weste. Den Obsidian-Helm mit, den brauchen wir nicht. Ne, den haben wir vor allem, glaub ich. Die Cloths of Ra. Was soll's denn die, bitteschön? Ich kann ja mal mit jedem reden. Man muss doch mit den Händlern reden, oder so. Mit denen, die Rüstung haben. Das Centurion-Cape. Ich rede am besten mit dem, der dir den Bronze-Gauntlet verkauft hat. Also der ganz unten rechts. Äh, hatten wir die Jade-Disc gehabt? Äh... Kann ich hier nämlich eintauschen. Die Jade-Disc, ähm... Die sollten wir gehabt haben, ja. Dann kann ich hier das Centurion-Cape kaufen. Centurion-Cape, ich weiß halt nicht, ähm... Ich werd einfach mal hier nen Safe-Safe machen, wenn's schlechter ist. Das ist verdammt gut. Was zum, okay? Dann geht's ja doch weiter. Dann ist das jetzt hier aber nicht so verzeichnet gewesen. So, da können wir also das Centurion-Cape, du hast jetzt ein Centurion-Helm. Jetzt könntest du noch die Cloths of Ra kriegen. Geh am besten mal runter zu dem Typen mit dem Gauntlet. Ja, war ganz unten. Ganz unten rechts, ja. Einen Bronzer-Gauntlet. Wenn der nämlich das hat, dann müssten wir nochmal einen Moxer-Stick uns besorgen. Ja, und was hat man für den nochmal gebraucht? Das war... Das kann ich dann aber anhand der... Allein an der Karte dann nachvollziehen, was wir gebraucht haben. War das der? Nein. Nee, das war der mit dem Helm. Ich hab gesagt, ganz unten rechts. Ganz unten rechts, wo gehst du hin? So, dass ich da unten rechts komme? Nein. Darunter. Ach, das war noch gar nicht ganz unten. Ja. Ja. Genau, Frau Moxer-Stick. So, probier's mal. Was? Du hast du schon? Ja, ich hab noch einen gehabt. Okay. Gut, na denn. Okay, dann hätten wir wohl alle wichtigen Items, oder? Das ist dann aber wirklich alles, weil jetzt haben wir dann... Also wenn ich jetzt an der Dings gehe... Verdammt. Also es wird jetzt nochmal gespeichert. Gesundheit. Ähm. Ähm. Ja. So, ich würde sagen, wir wenden jetzt auch den Pfad und danach, wir können nochmal gucken, offscreen, ob wir jetzt alles haben. Mhm. So, ich tu's jetzt wieder auf den ersten Sprechern. Gut. Also vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir verabschieden uns mit weniger denken, mehr spielen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.